Massenschlägerei auf der Geburtstagsparty von Gangster-Rapper Haftbefehl Der Musikstar lud zu seinem 32. Geburtstag in einen Edelclub in Hamburg. Dort hatte er mit vielen seinen Gästen eine VIP-Lounge für sich allein. Gegen 2.20 Uhr soll seine Gruppe nach Bildinformationen mit anderen Gästen aneinandergeraten sein. Es kam zu einer wilden Hauerei. Gäste flüchteten ins Freie. Die Polizei schickte sieben Streifenwagen, ein Gast wurde von einer Flasche getroffen, kam ins Krankenhaus St. Georg. Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhang heißt, erzählt in seinen Texten oft von Gewalt und Drogen.